Möge Kisby Lebensmittel, Vorräte und Annehmlichkeiten in Hülle und Fülle für uns bereithalten, sobald wir die jenseitige Welt betreten. Mord? Tod. Diebstahlfremder Feldfrüchte? Tod. Diebstahlfremder Häute? Tod. Müsiggang, Rasur des Kopfes. Kämpfe, Entschädigungszahlungen. Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Steinigung. Ausnahmen, Feierlichkeiten oder Personen über 70. Auf Anordnung des Kultes von Kukulkan. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Ah! Ja! 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 Die Opfer wurden den Göttern dargebracht. Sie verließen die Städte und wanderten durch die Provinzen, bis sie lebendig begraben wurden. Ja! 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 Ah! Oh! Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Die Verlockung der Schatulle ist sehr mächtig. Sie wird mich anziehen und probieren, mich in Versuchung zu bringen. Mit einer einfachen Lösung für unsere Probleme. Doch sie wird mir nur meine innersten, geheimsten Wünsche zeigen. Ich habe mich darauf vorbereitet, ihr zu widerstehen. Amaru hat die Schatulle noch nicht gesehen und dennoch beherrscht sie bereits seinen Geist. Das Volk ist Paititi. Wir können nur durch unseren gemeinsamen Willen überleben. Wenn Amaru Paititi nach seinem Willen neu erschaffen will, würde er es zerstören. Ja. Es gibt viele Bedrohungen von außen. Doch Risiken sind ein Teil des Lebens. Wir müssen ihnen begegnen, um uns selbst treu zu bleiben. Woher weißt du, dass du der Macht widerstehen kannst, wenn du sie hast? Das weiß ich nicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Wir müssen gehen. Was ist das Purpurfeuer? Es ist mein Schicksal. Es hat was mit Kukulcans Opfer zu tun. Suche deinen Spiegel, wenn das Purpurfeuer qualmt. Es ist mächtig und macht dich verantwortlich. Mehr weiß ich nicht. Finden diese Kreaturen auch mal den Weg hier rein? Kreaturen? Sie greifen an. In den Höhlen bei Paititi haben sie gegen Trinity gekämpft. Und an dem Altar mit der Schatulle haben sie mich attackiert. Meinst du die Yaxil? Yaxil? Sie waren groß und schnell. Hungrig. Fast schon verzweifelt. Das sind keine Kreaturen. Sie sind mehr als das. Der Schlüssel von vorhin müsste passen. Was geschah mit dem Yaxil? Da gibt's viele Legenden. Es ist lange her. Aber Paititi verdankt ihnen seine Sicherheit. Sie beschützen es? Ich weiß nicht, ob das ihre Absicht ist. Aber im Grunde tun sie das. Ja. Greifen sie denn nie die Stadt an? Nein. Wir leben in einer Art Kooperation. Ich denke, Amaru plant eine öffentliche Opfergabe. Eines Rebellen? Wir müssen eingreifen. Nein. Nicht unvorbereitet und mit Gefahr für die Schatulle. Der Krieg, der geopfert wird, wird sterben. Ah. 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 Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Ich kann nicht mehr sagen. Bleib bei mir und tu's mir nach. Die Menge könnte aufbegehren. Hier lang. Die Leitungen von der Dude, die unsere Sicherheit und unser Leben bedrohen. Ihre Anführerin. Eure Königin ist in meiner Gewalt, aber sie ist noch nicht verloren. Heute bieten wir Kukulkan ein Opfer dar, als Bitte um Schutz vor der Nahe des Sonnenkinder ist. Dieses Opfer ist für den Rebellen die Erlösung. Mögen die übrigen auch das Licht erblicken! Amaru sprach vor einem Ende der Gewalt. Für ihn ist das Mittel zu erzweigen. Heute fassen wir uns zum Einsatz hin. Zumaarer zu gemeinsam auf der Nähe des Nachdenkinder wir vor. Wenn sie so über dem Weitz sind, ist das Gelände nicht. Wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Glauben ihm all diese Leute, sie haben Angst um das mit gutem Grund. Wir sind gleich da. Das Grab ist hinter der Tür. Komm! Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Das Grab ist da oben. Auf der Statue. Ich pass aufs Tor auf. Dauert nicht lang. Jonah, das Kaisergrab ist in der Nähe. Wir sind am Fluss. Bereit dich und Unuratu rauszuholen. Melde dich, wenn ihr bereit seid. Musik 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 Musik